Jetzt kommen wir gewissermaßen zum Schlagzeug dieser Gruppe und auch wenn es noch so klein ist, erfüllt es eigentlich fast alle Funktionen wie ein großes Drum-Set, und zwar das Pandero. Ich habe gesagt, dass die Batterie und man kann alles, was man braucht, was man braucht mehr Batterie, wenn es ein Pandero gibt. Exakt. Der Pandero ist ein sehr altes Instrument. Es gibt die Präsentation des Pandero in der Gräste Antigen, zum Beispiel. Und in Brasilien, natürlich, es kommt auch durch die Kolonieren, aber in Portugal, glaube ich, dass der Pandero gekommen ist, durch die Arabische Influen. Durante die Inwahrung der Península Ibérica, glaube ich, dass der Pandero gekommen ist, in Portugal, weil wir uns in der Europäne gesehen haben, wir sehen uns sehr viel die Präsentation des Pandero. Und er ist eine Art von einer anderen Art, mit einer Art von Täniken, mit einer Art von Täniken, mit einer Art von Täniken, mit einer Art von Täniken komplett anders. Und, nach dem Brasilien, als Musiker Brasileir haben wir eine andere Art von Täniken. Der Pandero ist eine Art von Täniken sehr populär im Brasilien. Wir machen uns eine Art von Täniken, dass wir in Brasilien haben eine Art von Täniken, zu hören. Und, nach dem Brasilien, gibt es viele Möglichkeiten, weil es sind viele andere Art von Täniken gibt, die Arten zu hören. Die Arten sind sehr populär. Und sie sind aus. Und alle Art von Täniken, Aber in der Mitte, die Arten zu hören im Sprachen. Aber im Choro gewinne auch eine Art von Täniken, Sie haben gesagt, er hat eine Art von Täniken, Ein Art von Täniken, ist eine Art von Täniken. de mão, porque, por exemplo, ele cumpre a função de surdo, ou seja, a função de fazer a marcação, então na música brasileira, no samba, no choro, a gente acentua o segundo tempo, então o primeiro tempo seria fechado, né, e o segundo tempo aberto. E eu uso abafando aqui pra fazer esse tempo fechado e solto o dedo pra fazer o tempo aberto, então ele aqui já faria sozinho a marcação, que seria o surdo da escola de samba. E aí pra fazer a condução, o chimbau ou o ganzá, a gente usa as platinelas aqui, então. E além disso, a gente pode também colocar paclaves, né, paclaves de tamborim ou frases que seriam usados, por exemplo, na caixa da bateria, então. É isso. Então, e no conjunto regional de choro, ele faz essa sustentação rítmica, né, faz esse apoio e o diálogo sempre com o cavaco. Obrigado. Então, então, isso é mais importante, que realmente no pandeiro a toda a percussão da samba-escola enthalten é, com a surda, com a honra e com a alta na metade do choro, com o que a granzá, com a shaker, com o que a tamborim, com o que a 3 em 1, 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 com o que a 3 em 1,